Das Schlimme ist, wir haben für alles immer nur einen Versuch. Und das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal hier hin. Oh. Artemis, hallo. Etwa stimmt nicht. Hintergrund. Du hast mich gefunden, es gibt nur so wenig Licht. Ich dachte wirklich, ich würde nie wieder von einer anderen Sandsäle hören. Wie hast du meine Stimme gefunden? Abgeschötztes Schiff. Ja. Wir überskrippen das. Das haben wir schon zweimal gesehen. Oder einmal. Dankeschön. Ja. So. Aber eigentlich will ich nur so schnell wie möglich ins Zentrum der Galaxie. Das ist alles. Und dabei darf es mich ruhig zerlegen. Wenn ich dort bin, habe ich alles, was ich benötige. Aber erstmal müssen wir da rein. Mal gespannt, wie lange wir brauchen insgesamt. Und da wir genug Geld haben. Und da wir genug Geld haben. Aber soweit ich weiß, wird es da Probleme geben. Was wollte ich machen? Ah ja, genau. So. Und das ist die Sache. Was verstehe ich denn? Ah, so. Es gibt einfach zwei Teile. Gut. Ja. Immer noch nicht oben. Immer noch eher unten. Ja. Junge, das haben wir genug. So. Dann. Ihr kennt das Gegrinded. Das ganz typische. Ab zur Anomalie. Dort. Ich gucke mal ganz kurz. Multi-Werkzeug. Hätte ich mir auch ein anderes nehmen können. Ich doof. Depp. Aber egal. Ja, da geht nichts. Wir gehen zur Anomalie. Und schnappen uns natürlich auch nochmal ein besseres. Multi-Werkzeug. Und für dieses Multi-Werkzeug. Natürlich. Auch ein bisschen Zubehör, weil bewaffnet sein müssen wir schon. Ich habe auch schon eine Idee, welches wir nehmen. Oh, danke. Keine Ahnung, was es bringt. Aber ich habe einen Meilenstein. Besser als Gallenstein. Ja. Entschuldigung. Oder warte mal jetzt ganz kurz. Nee, Quatsch. Ja, gut. Das wollte ich wissen. Erstmal gucken bei Expeditionsbelehnung. Oh. Ja, gut. Es ist nicht meine Art Waffe. Aber das Ding ist fett. Und. Ja. Hm. Was soll ich sagen, ne? Was ist das? Optischer Bohrer. Fortgeschrittene Minenlaser. Genau. Ah, den haben wir schon. Okay. Das ist nicht so wichtig. So. Irgendwas, was wir abbauen müssen. Was wir brauchen. Den brauchen wir überhaupt nicht. Ja. Was ist das? Oh. Maximales Upgrade. Das kommt dann nachher dahin. Das ist das P-Feldkompressor, der bleibt. Neutronenkanone. Oh. Und es wird nicht mit. Aha. Okay. Gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Das ist der normale Laser. Nehmen. So. Dann schauen wir mal, was wir da reinbauen können. Den Minenlaser. Technologie installiert. Genau. Und jetzt haben wir genau das gleiche, wie bei meinem Liebling. So. Was wir noch machen. Das Ding hier kommt weg. Und das Ding hier kommt stattdessen dahin. Und damit haben wir... Wow. Ob wir das behalten, weiß ich nicht. Ich mag den nicht, ne. Den nehmen wir raus. Nein. Ah, Hilfe. So. Ähm. Mhm. Können wir dann auch verkaufen. So. Was haben wir jetzt? Scanner ist auch hier, ne. Okay. Sollte jetzt erstmal reichen, ne. Turbo geladen. Turbo geladen. Super. Noch irgendwas turbo geladen. Nein. Aber ich denke mal... Äh. War ich jetzt schon oben? Nein. Ähm. Oh Gott, Hilfe. Ich muss mich echt wieder reinfinden, ne. Aber wird schon. Okay. Okay. Also Scanner ist nicht so wichtig. Trotz allem möchte ich hier einfach mal schauen. Erstmal das Ding hier. Mhm. Sehr schön. Und dann nochmal schnell gucken. Okay. Ja. Achso, ich muss mit ihm reden. Ja. Mhm. Die persönliche Raffinerie ist wichtig. Und wir fangen uns an dort mal. Wir haben zu wenig Nanit, ne. Das mit der persönlichen... Raffinerie wäre zwar wichtig. Da fehlt mir ja auch noch alles. Ja. Ich weiß. Schutz ist wichtig. Aber das Schild geht da, ne. Oh ja. So. Was macht der? Ne. Das ist es nicht. Wir schnappen uns die alle. Unter Wasser. Unter Wasser. Später. Später. Das da? Ja, das ist auch wichtig. Das können wir sofort machen. Was? Das haben wir schon. Gut, dann. Ja. Mhm. Wir haben alle von all dem nichts, aber egal. So. Den Rest sparen wir uns. Schildgitter. Ist auch wichtig. Natriumnitrat finden wir. Und... Und das letzte. So. Okay. Ja. So. Und jetzt lass mal schauen. Können wir jetzt schon... ...antimaterie bauen? Nein. Uns fehlt verdichteter Kohlenstoff. Gut. Den können wir aber jetzt ernten gehen. Das bedeutet, wir sind maximal weit. Ach Gott, Hilfe. Und können jetzt den nächsten Sprung machen. Für den Fall. Ja, das geht. Das geht. So. Und eins weiter. Ja, der übliche Grind. Hier kann mir jetzt erstmal nichts passieren. So. Okay. Okay. Aber lass uns mal ganz kurz schauen. Hier ist nichts gut. Ich will irgendjemand. Nein. So. Lass uns mal ganz kurz schauen. Gift. Schildgitter ist das Wichtigste. Und das kriegen wir am nächsten hin. Ja, okay. So. Wir fliegen... ...da hin. Und jetzt werden wir zum ersten Mal auch nach da oben was machen. Und natürlich werden wir mit unserer Mogeltaktik, weil wir jetzt ja wirklich schon einiges an Kohle haben, werden wir uns natürlich zusammen kaufen, was irgendwie geht. Weil kaufen ist sicherer als sammeln. Okay. 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 Also... Okay. Lass mal nachdenken, was brauchen wir vor allen Dingen? Kabelbäume. Dioxid hätten wir gebraucht. Wie viel nehmen wir? Wir nehmen es mal komplett. Weil Kohle haben wir. Und Pyrid brauchen wir nicht. So, lass mal gucken. Antimaterie, Natriumhydrat. Aber wenn wir das da haben, genau, brauchen wir nur noch Silber und Kupfer. Ja, gut. Nochmal gucken, was haben wir noch? Können wir hier Antimaterie? Natürlich nicht. Platin? Platin? Silber bräuchten wir, ne? Mhm. Wollen wir für irgendwas Platin? Silberkupfer. Kupfer hab ich gar nicht geguckt, aber Kupfer finden wir auf jedem Planeten, ne? Ja. So, dann möchte ich was schauen. Und zwar... Ob wir hier schon irgendwas kriegen? Lehrling. Spenden. Was können wir spenden? Die können wir immer wieder kriegen. Das heißt also... Ja. Dann einlösen. Ja. Den nehmen wir dann auch mit. Weil damit schaffen wir es dann halt eben, auch günstig an Dinge zu kommen, die wir regelmäßig brauchen. Dankeschön. Und da wäre dahin wollen. Und da... Ja, sieht's ja ganz gut aus. Würde ich sagen... Na, da. Ist auch billig. So, dann verkaufen wir dem... Die Sachen, die wir nicht brauchen. Es bringt nicht viel. Auf die Art und Weise. Aber egal. So. Und ihr wisst, was kommt. Das Gegrinde muss jetzt sein, weil wir gehen ja auf Nummer sicher. Wir fliegen zum... Zur Anomalie. Und dann schauen wir mal, ob wir einen Planeten finden, wo wir schnell bisschen was von dem kriegen können. Und zwar ohne, dass es großartig gefährlich ist. Letzender Planet ist schon nicht gut. Haben wir irgendwas... Normales. Ohne Wächter, wenn's geht. Wir haben jetzt erstmal nur den. Entdeckungen. Unbekannter. Okay. Wir haben einen großen, unbekannten Planet. Ich mag Permadeath-Spiele nicht. Also, ich mach das nur unter Widerstand. Also gegen Widerstand, aber... Hohe Rechteaktivität. Weißt du, was machen wir nicht? Wir haben ja noch genug andere. Zwei Dinge tun wir jetzt. Einerseits. Erstmal schauen. Was haben wir im Raumschiff? Nichts. Und das ist gut. Auch hier... Gibt's... Einmal... Da hatten wir das tolle Ding. Aber... Nichts, was wir irgendwie... Das ist völlig Quatsch. Nein. Brauchen wir alles nicht. Machen wir nicht. Nee. Mhm. Nützt alles überhaupt nichts. Gut, dann... Was haben wir denn hier? Alles uninteressant. Ja... Wir schnappen uns noch mal zwei. Hinzufügen. Und... Ja, genau.